Herzlich Willkommen zu einem weiteren Lego Star Wars The Skywalker Saga Video. Diesmal widmen wir uns wieder mal den Herausforderungen. Wir haben 10 Herausforderungen und im letzten Video haben wir die Herausforderung Rebellen auf Eis gemacht. Und diesmal widmen wir uns Rebellen im Netz. Rette die gefangenen Rebellen im Dorf der Evox. Und um da hin zu kommen, müssen wir dann genau hierhin gleich nach Endor. Und da können wir das Ganze machen. Also wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Und solltest du neu hier sein, dann dropp doch den roten Abonnierbutton, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich würde sagen, ich wünsche euch sehr viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.